Ja, hallo liebe Freunde und Gipfweinacht, ich habe heute mal wieder die Game Updates mitgebracht und zwar musste ich erstmal selber gucken, was letzte Woche noch so kam, weil ich sie ja letzte Woche etwas später aufgenommen habe und ich bringe euch diese Woche natürlich wieder frisch neue Game Updates von einigen Spielen, die mal wieder es geschafft haben, ein paar neue Updates rauszubringen und dabei sind der erste auf meiner Liste erstmal The Hard Way. Okay, ich weiß nicht, ob ich den letzte Woche mit vorgelesen habe, weil der Hard Way jetzt in letzter Zeit ziemlich oft etwas geupdatet hat, komme ich aber doch nochmal wieder rein, der Hard Way von MuffyMaker, jetzt in der Version 0.29.5 Free für Windows, Mac, Android und Linux in den Sprachen Englisch. Ähm, wir gucken mal in die Change Logs ganz kurz rein, ähm, äh, es ist, ja, von 29.4 auf 29.5 hochgegangen, letztes Mal hatten wir zwei neue Charaktere mit dazu bekommen, dieses eine Mal gibt es für, ähm, zwei Standing Age Scenes und zwar für, ähm, Edith and Wonder. Da sind, also ein kurzes Mini-Update nochmal mit reingebracht von, ähm, MuffyMaker, aber auch The Hard Way, deswegen war es wie ohne Wunder, weil ich hatte da vorgelesen, ne, 29.4, 29.5 war da jetzt aktuell in der Version, ähm, zwei kleine Age Scenes sind da mit reingerutscht. So, dann auch mal wieder, ähm, der, oh Gott, was schreibe ich denn da, äh, der auch in letzter Zeit ziemlich oft gekommen ist, Legacy of Hestia, äh, von Winterfire, der auch irgendwie mit immer mehr Gas gibt, ich hab keine Ahnung, was los ist mit Winterfire, aber er knallt und knallt und knallt. Ähm, da sind wir jetzt in der Version R31 für Windows, Linux und Mac in den Sprachen Englisch. Ähm, da gibt es auch ein paar neue Change Logs und zwar hat er mal, ähm, Fix Reset Button is no longer in, 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 actable at the end of, äh, Hure, Huremi's Route, okay, äh, Edit 7, äh, CJ, äh, S sind drinne und, äh, 11.400 Wörter sind mit reingekommen, was ungefähr den, ähm, ungefähr 38 Minuten Gameplay nochmal entspricht. Äh, auch hier wieder weiterhin vorgekommen, also wie gesagt, ich hab irgendwie das Gefühl, so manche Leute hauen vor Weihnachten ganz schön nochmal wieder raus und kommen wieder zurück. Legacy of Hestia, definitiv auch wieder ein Spiel, ähm, ich hab das Gefühl, der Anime, hab ich gesehen, hat eine neue Staffel gekriegt, ähm, deswegen wahrscheinlich das, äh, sind die Leute jetzt immer mehr hinter Legacy of Hestia ein bisschen hinterher, weil es eben halt den Anime auch weiter anspricht. Und, ja, warum nicht? Hat definitiv seine Daseinsberechtigung Winterfire, äh, Winterfire sehr schön gemacht. Vielleicht deswegen, weil er im Winter nochmal Feuer bekommt. Nein, aber sehr schön, dass es da auch wieder weitergeht. So, mein, äh, Game, was ich auch, äh, mir selber schon mal geholt habe, Attack on Survival Corpse von, äh, Astronaut. Ja, das Ding geht auch immer weiter. Ich weiß nicht, warum, hat was das Spiel, finde ich sehr geil, cooler Artstyle, mag ich sehr gerne. Äh, ist jetzt aktuell in der Version 0.15 für Windows, Linux, Mac und Android in der Sprache in Englisch. Also, für alle Leute von Attack on Titans, sollten wir hier doch mal einen kleinen Blick nochmal rein riskieren. Äh, in der 0.14er Version hatten wir ja sehr viele neue Events. In der, äh, 14.2 Version, äh, Quatsch, in der 15er Version sind wieder ein paar neue Events mit dazu gekommen. Und, angucken definitiv würde ich euch empfehlen. Es ist nämlich, oh, warte mal, sogar eine Ending Scene mit drin, ne? Für wen? Verrate ich nicht. Und, äh, auch die New Girls, äh, werden jetzt weiter mit neuen, äh, Content gefüttert. Für alle Leute von Attack on, äh, Sobey Corpse, definitiv mal einen Blick wert, da mal reinzuschauen. Ich persönlich finde das Spiel echt gut. Nächster Spiel, äh, aber ist nur meine persönliche Meinung, ne? Äh, soll keine Werbung für irgendwelche Leute sonst was sein. Ich persönlich habe ja nur meine Meinung, was ich sehr gut finde. Dazu zählt auch dieses Spiel, Paradise Lust, ich bin immer noch so gehypt auf den zweiten Teil. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Paradise Lust von, äh, Flexibli Media, äh, hat jetzt auch nochmal ein Update rausgebracht, was ich sehr merkwürdig finde. Aber gut, da sind wir jetzt in der 1.1.2a für Windows, Linux, Mac, Android. In den Sprachen Englisch, äh, könnt ihr euch erwerben auf Flexibli Media Seite selber, weiß, ne? Da bieten sie es nur auf Steam an. Ihr könnt es auf EG erwerben, Steam erwerben, Patreon erwerben oder eben halt. Für alle anderen könnt ihr gucken, wie ihr das Game sonst so bekommt. Aber, ich kann euch ganz ehrlich sagen, es kommt jetzt nämlich mal Ante, ne, Out, Update, F, Cass, Doppeldip. Okay, das ist jetzt was Neues, was reingekommen ist. Ähm, ist ein Spoiler mit drin, hat er reingeschrieben. Ähm, okay, ist ein Fixes mit reingekommen, definitiv in der Version. Ähm, genau, ähm, er hat, ich, ich sag's jetzt mal ganz kurz vorweg. Ähm, das Update hieß ja, Ant, äh, Artem, Update, Cates, Doppeldip. So, ähm, da wurden einige Sachen gefixt in der Version 1.1.2a. In der 1.1.2 kam ja neue, ähm, Edit, Doppeldip-Quest with Cath, äh, New Sketches kam ja rein. Und da hat er jetzt nochmal ein paar Updates so reingebracht, oder ein paar Fixes mit reingebracht, weil wenn man so ein Spiel natürlich nochmal fixt, kommen muss natürlich auch ein paar Updates dazu nochmal, weil es gab bestimmt ein paar Bug-Fixes für alle Leute, die Paradise Lust nicht gespielt haben. Leute, zieht euch das mal rein, wenn ihr Bock habt auf Inselfealing, Strandfeeling. Also Paradise Lust definitiv, äh, richtig geiles Game. Mag ich echt gut. Ist, na, wieder eine meiner Games, die ich so sehr mag. So, dann haben wir Bang City. Ist auch was Neues dazu gekommen, von den Devs von Bang City. Äh, da sind wir jetzt in der 013F für Windows und Linux in den Sprachen Englisch. Ich schau mal. Change Logs sind einfach, ihr macht's ganz kurz und schmerzlos, Leute, hier. Bring euch eine Change Log mit. Fuck. 8, plus 800 neue Images. Viel Spaß beim Zocken. Bam. Jo. Äh, sehr schön. Selber rausfinden heißt es dann. Aber ich denke mal, sehr viele, äh, Girly-Szenen sind wieder mit dazugekommen. Ähm. Bang City kurz mal vorweg, um was geht's da? Ein Kerl, der dann nachher eben teilt, ja, ich sag mal, aus einem Erotik-Milieu herausbricht. Äh, und ja, eine ganze Menge Trouble verursacht. Aber, cooles Spiel, nettes Game, auch gar nicht mal so schlecht, meiner Meinung nach. Dann, ja, ich hab's mir gleich gegönnt. Ähm. Ähm, bin da gleich wieder hinterher gewesen. Ähm, hab's mir gleich auch runtergeladen und, äh, war mal ganz kurz dabei, es wieder weiter zu spielen. Lucky Paradox von Strayer. Ähm. Ähm, es gibt so einige Spiele, die ich persönlich gerne spiele und auch, äh, versuche da, versuche noch im Content zu bleiben, weil ich da mal schon einen alten Spielstand habe. Da sind wir jetzt in der 0.9.0 Beta für die Systeme Windows, Linux, Mac und Android. Und ich weiß auch schon, was da los war, ähm, kann aber trotzdem nochmal die Change Logs vorlesen, weil das ist eine ganze Menge dazu gekommen. Einerseits gibt es jetzt, ähm, ein New, äh, Jew Age Event, ist, äh, Added to the Gallery. Äh, dann haben wir, nee, zwei neue Jew Age Events. Luna, ähm, wer ist Luna, werden sich einige Leute von euch vielleicht fragen. Luna ist dieses Spirit, was ihr abends nur, äh, begegnen könnt in der Kapelle. Sie hat jetzt eine neue, ähm, Age Scene mit reinbekommen, sogar zwei neue Age Scenes, plus eine Storyline ist auch noch mit drin. Ähm, Jew und, äh, Luna werden auf alle Fälle weiter fortgesetzt. Dann A New Girl from the Tour, äh, Tournament, Aki, Ark, ist auch mit drin. Da hast du nämlich auch ein neues Girl mit reinbekommen. Ähm, A New Costume for Cassandra. Ähm, dann haben wir da Lunas Birthday Added to the Calendar. Ja, es gibt jetzt auch die Birthdays mit dazu. Ähm, ich weiß nicht, wie weit sich das alles eininterpretieren wird, aber, ähm, neue Sound Effects sind mit drin, zwei neue Costumes von Luna sind mit drin. Ich sage mal, hauptsächlich hat sich dieses Update viel auf Luna konzentriert. Ähm, was mir auch gleich aufgefallen ist. Mit Luna gibt es Taro, äh, äh, Sachen, die sehr interessant sind, meiner Meinung nach. Weil über diese Taro, äh, Geschichten könnt ihr die Love, Love and Lust mit Girls einmal quer nach oben schießen lassen. Auch wieder nette Sache von, äh, Strayer. Hier bei Lucky Paradox. Da ein bisschen, ich sage mal so, Luna ist die kleine Chiti, ne, gerade in der Taro-Szene. Ne, ihr braucht ja nicht mehr so viel mit den Weibern rumquatschen. Ich meine, das meiste kommt ja automatisch von so. Aber, äh, ihr braucht, mit Luna könnt ihr jetzt über das Taro-Date-System, äh, gleich mal voll, äh, durchschießen. Und das aber auch nur, eigentlich kommt ja auch Luna erst später im Spiel vor. Bei den ganz normalen Damen müsst ihr ja vorher, ja, müsst ihr vorher eigentlich normalerweise die ganzen Quests hier alle erstmal durchgehen. Ähm, trotzdem, sehr cool. Ich habe mir das bei Luna mal ein bisschen angesehen und, äh, ja, Begeisterung pur. Also, ich bin, ich finde das Spiel immer noch sehr geil, ne. Ähm, man merkt aber langsam so ein bisschen aber auch, dass die Models sich abnützen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, er schafft es trotzdem immer wieder, die Models doch ganz geil rüberzubringen. So, dann haben wir hier Bridge Pass von Cosmos Games. Der Kerl ja auch auf der Zielgerade seines Spiels. Im Moment ist er in der aktuellen Version 0, 98.8 für Windows, Linux und Macs. In den Sprachen Englisch, Russisch, German, Portugiesisch. Äh, noch eine ganze Menge anderer Ausführungen. Ähm, er kommt also jetzt The Beginning of the Final Quest. Ja, ich habe ja gesagt, der Junge geht auf die Zielgerade zu. Ähm, Alex will have some problems. Äh, and she will have a choice of to, ne, of who to turn to help. To for help. Alles klar. Ja, okay. Ich lese mal jetzt, weil ich nicht zu viel spoilern möchte. Ähm, da, 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 da. The Scene with Barbara. Gibt es in der Scene to visit Barbara and Alex and watch our broadcast. Okay, da gibt es two Images. Dann haben wir zwei. Ein neue Scene Image with Irma. Drei neue Selfies. Ein, eine neue Scene in Gallery. The Bug with Antidepressants has been fixed. Several random dialogues with NPCs. People, okay, Micture Station Center. Ein paar Bug fixes, aber die Final Quest beginnt jetzt. Die Phase läuft für die Final Quest. Ähm, Bridge Pass von Cosmo Games, habe ich ja schon vorweg gesagt, geht jetzt langsam auch in die Endphase. Also, genauso wie jemand anders hier nochmal langsam, sich auch schon langsam darauf vorbereitet, sein Spiel abzuschließen. Und zwar ist das, äh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Äh, oh Gott, es gibt zu viel, ne? Äh, 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 hab ich was falsch geschrieben? Äh, School Games von Slot Commander. Der Junge bereitet sich auch langsam nochmal mehr darauf vor, sein Spiel abzuschließen. Denn der geht jetzt langsam in die Version 0.947 Bugfix 7, ne? Für die Systeme Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch und sehr vielen anderen. Die, äh, Maschinelle Translation heißt meistens Google Translation und die Hauptsprache auch Russisch. Ähm, dam, 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 dam. Improvement von, äh, StoryQuest, äh, related to Yuki und Ota. Äh, okay, new progress, äh, on the, on them cannot get stucked when, äh, and when going, oh mein Nase ist heute so verschluckt, ähm, going through the Storyline-Items. Okay, aber mal, Items, äh, 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 also wie gesagt, mit der Juni-Ota geht es jetzt weiter mit der Storyline. Improvement Storyline-Quest für, ach, äh, für alle, äh, Hauptcharakter, für zwei Hauptcharaktere. Ayo, ähm, Yoshida geht die, äh, Storyline jetzt auch weiter. Äh, äh, a new character-editor ist auf alle Fälle drin, äh, when, äh, playing as female character. Okay. Äh, new features with the added, ähm, the new interface for age-random female NPCs. Alles klar, so, und die Female-Charakter-Charakterisierung ist jetzt drin, äh. Ah, meine Güte, haust du wieder heraus, ey. Uh. Ich platze grad die Kinnlade runter, keine Angst, ich bin immer noch nicht fertig mit den ganzen Updates. Oh, Junge, hat der da was reingehauen? Ah, hier, das war wahrscheinlich noch, äh, now, cheats in the menu for interaction with random NPCs working when you press F9, F11, and F12 buttons, äh, give not 5 points blue team. Okay. Okay. Gott, das ist immer noch nicht zu Ende. Sehr viele Fixes, aber sehr, 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 sehr viele Bugfixes, die hier reingehauen worden sind. Ähm. Animations have been sended, new character-editor, ey, der Junge hat ja richtig mal gefeuert wieder, ey. Aber auch sehr, sehr, also, er hat sich wirklich, also, dieses Update hühlte sich sehr stark an Bugfixes. Ein paar neue Scenen sind mit reingekommen, noch mit dazu. Also wie gesagt, Story-Scenes ein paar neu reinbekommen. Female-Character wurde bearbeitet. Ein lot of Bugfixes gemacht worden. Ich sehe schon, dass, wie gesagt, auch School Games geht langsam voll in die Endphase. Aber finde ich cool. Slug Commander, gutes Spiel rausgebracht, sehr geiles Game. Freue mich schon, es irgendwann fertig tocken zu dürfen. Was habe ich hier wieder falsch geschrieben? Genau, ich sollte mal ein L mit darauf schreiben, weil dann finde ich auch wahrscheinlich mein Spiel, was ich jetzt gerade suche. Und zwar Milfs of Sunville von L7 Team. Das ist jetzt aktuell schon in der Staffel 2, V3 Standard. Könnt ihr bekommen auf Patreon, Steam und Discord. Ich habe es ja auch auf Steam noch bekommen. Für die Systeme Windows, Linux und Mac in den Sprachen, Englisch und Multigurl. Was ist das denn? Multilanguage, was das bestimmt heißen. Ähm, da gibt es nämlich auch ein paar Change-Logs. Und zwar hat er jetzt, ähm, in der V3 1500 New Images and many cool Animations reingefeuert. Ich habe, ehrlich gesagt, bei Milfs of Sunville im Moment auch schon den Anschluss verloren. Ich musste mich da mal wieder richtig reinspielen. Das Thema war, es war noch mein letztes Stand jetzt in Season 2. Muss ich mal reinspielen. Äh, ganz am Anfang, wo ich das Spiel gespielt habe, noch sehr, sehr fresh. Es gab nicht sehr viel zu sehen. Ich habe aber jetzt mitgekriegt, dass immer mehr da Neues zugekommen ist. Er hat sich erstmal, glaube ich, um die Schul-Content erstmal gekündigt. Dann um die Outside, ein bisschen um das Außen herum gekümmert. Und jetzt gerade ist er, ich glaube, in den Standpunkt der Familie angekommen. Also mit den drei Familienmitgliedern rein geschossen. Auch ein nettes Game. Solltet ihr euch mal ansehen, äh, ist so mehr so ein Visual Novel Free Roaming Game. Aber super, aber sehr gut gemacht worden. So, dann haben wir nochmal wieder Double Perception von Seth. Der Junge darf irgendwie auch nicht fehlen vor Weihnachten nochmal. Ähm, der kommt immerhin mit den 3.3 Updates jetzt auf den Markt für Windows und Mac in den Sprachen Englisch. Und der Junge feuert auch ein paar Changelog raus, denn er macht einen New DOA Charakter und zwar Riley. Dafür gibt es auch eine Szene und, äh, mehrere Animations. Ähm, dann haben wir New Jenny, äh, Jenny's, ah, Jenny, Jenny's ist doch mit, äh, genau, die ist doch mit, äh, die Deiner Tante kommt jetzt eigentlich mal ein bisschen an den Start. Äh, und es gibt eine New Age Scene Tresome Szene. Äh, äh, okay, da kommt auch noch was dazu. Äh, Double Perceptions von Seth hat ganz schön zugelegt an den ganzen Sachen. Da sind eine Menge Age Scenes neu dazugekommen. Ähm, definitiv mal eine Empfehlung wert. Guckt auf alle Fälle das Spiel euch mal an. Double Perception von Seth ist sehr, sehr gut geworden. Gerade mit diesem Virtual System finde ich das ziemlich geil gemacht worden. Habe ich auch damals sehr hoch gelobt. Immer noch dabei. Ähm, ich mag das, dass man einerseits in der normalen Welt spielt und andererseits auch in der virtuellen Welt spielt. Ähm, da könnt ihr das Setting mal schön aufsplitten und sagen, ich mach einmal so ein, äh, Fantasy-Game draus plus ein Reality-Dating-Game draus. Sehr gut gemacht worden in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, auch so eine Art Style her auch sehr gut. Definitiv, ähm, das Spiel auch eines der sehr großen. Hier Ende dabei. Ich schaue nochmal ganz kurz rein, ob das ich das... Äh, ja, ich, ich bring die Jungs wieder. Ich weiß, viele werden sagen, okay, warum jedes Mal? Ich sag's aber immer noch, Iragorn ist auf der Zielgeraden. Und Iragorn will auf die Zielgerade mit Biegen und Brechen. Äh, und der hat wieder Change-Logs wieder mitgemacht. Ähm, we now added the portal to the Habina Boss Intro, äh, Intro for the VR-Version. Das ist ja im Moment gang und gäbe. Die bearbeiten ja im Moment sehr stark an der VR-Version. Ähm, ich, wie gesagt, wenn das mal fertig ist, ich werde es mal im VR auch mal vor euch eintesten. Bin sehr gespannt. Und Iragorn auf alle Fälle auch wieder so ein ultra gutes Spiel, was mir sehr, sehr gefällt. Iragorn mag ich wirklich sehr. Muss dafür aber echt mal Zeit finden, dieses Spiel wirklich mal ein bisschen weiter auch mal anzuspielen. Weil Iragorn hat echt klasse, eine coole Storyline auf alle Fälle, die mir super gut gefallen hat. Äh, wo man sich am Anfang die Hauptprotagonistin erstmal zurechtschießt und die andere erstmal geiskalt abgeschlachtet wird. Äh, schon mal sehr schön gemacht. Und dann noch so die Storyline. Er hat wirklich sehr cool das Ganze rausgebracht. So eine Art Fighting-Game gemacht. Sehr, sehr gut rübergebracht, das Game. Ähm, deswegen freue ich mich auch schon, wenn Iragorn irgendwann mal fertig ist. Sie arbeiten. Eine VR-Version war eigentlich gar nicht erst geplant. Ich finde es aber cool, dass sie sie noch mit reingebracht haben, glaube ich. Äh, dann kommen da auch mal wieder zu einem alten Kandidaten. Zombie Retreat 2 von Siren Domain. Ähm, Sirens Domain hat jetzt sehr, sehr gut zugeschlagen bei Zombie Retreat. Auch sein zweiter Teil. Ich finde die Serie wirklich nicht schlecht. Ähm, gibt wieder neuen Content wieder dazu. Äh, ein paar neue Quests sind mit drin. Einfach nur so kurz rausgeschrieben, was zu Quests dabei, äh, nur Quests, Content ist neu drin. Sehr schön. Guckt euch's an. Ich persönlich würde euch immer dazu empfehlen, Zombie Retreat 1 zu spielen und dann 2 zu spielen. Ähm, beide haben zwar Jein was miteinander zu tun, aber der erste Teil wird ein bisschen angespoilert. Klar, man kann auch beide unterschiedlich spielen. Siren Domain, Sirens Domain hat das gut gelöst, sodass man nicht unbedingt den ersten spielen muss. Aber ich finde es trotzdem schön, den ersten auch mal zu spielen, weil der hat schon auch seine, seine Daseinsberechtigung hier auf dem Markt. Hier zeigt man zum Beispiel mal wieder, was man alles machen kann mit einem, äh, einen, wie heißen die diese Dinger, das GPR Maker. Ja, ne, also da hat Siren Domain wirklich eine coole Storyline auf alle Fälle auf den Markt getreten. Und ich glaube, Zombie Retreat 2 und 1 sind da definitiv, gerade was so in diesen, ähm, RPG Maker Dingen ist, sehr, sehr weit oben anzufinden. Weil die Storyline auch wirklich gut geworden ist, die er da reingebracht hat. So, der nächste auf meiner Liste. Lange war es still um ihn gewesen. Deep World von, äh, Bohon, 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 hoffentlich richtig ausgesprochen. Ähm, lange war es still gewesen um ihn. Jetzt auf einmal knallt der ein Update nach dem anderen wieder raus. Äh, jetzt ist er in der Version 0.2.15-1a für Windows und Android in die Sprachen Englisch und Russisch. Was ist das? Deep World 69, klarer Sache, wer sich jetzt daran denken kann. Mhm, Fallout. Cooler Grafikstyle, cooler, äh, coole Sachen. Und es gibt neue Updates und zwar, äh, Update the Quest Mother and Twins. Update, äh, Update Quest of a Younger Teacher. Has been updated, updated the Scavenger Crest for the Suffering, Suffer, Sufferays. Ähm, new Shelter Map, new, äh, nee, Update Location to explore, update enemy, äh, Spirits. Äh, da gibt es noch, äh, Test Launch of the PC Hacking System, Test Launch of Crafting System, Test Launch of Orders System. Okay, ähm, da muss ich mich auch mal wieder reingucken. Da gab es eine lange stille Zeit drüber gewesen. Ein paar Bugfixes wurden gemacht und Edit New Bugs. Okay, ich habe noch neue Bugs hineingefügt. Fix old Bugs und Edit new Bugs. Das ist ja meine Aussage. Das ist ja meine geile Aussage. Ich habe die alten Bugs, ich habe einige ältere Bugs gefixt, aber gleich mal ein paar neue mit reingebracht. Perfekt, so, so macht das Spaß. Ey, so ein Entwicklerhumor musst du dir erstmal gönnen. Das mitten in deine Sache reinzuschreiben, das musst du dir erstmal bringen, ey. Ich habe dir, er schreibt da fix all Bugs und dann Unterstrich Edit new Bugs. Schön. Ich bin begeistert. Aber so viel, so viel Humor musst du als Entwickler erstmal haben. So, äh, schon jetzt zu wissen, dass da neue Bugs mit reingeknallt worden sind. Also, was haben wir noch? Hail Dictator. Ich hoffe, das war nicht auf diese Viecher zu sprechen, aber ich glaube nicht. Hail Dictator von Hashima Games ist jetzt auch weitergekommen. Ich weiß nicht, wie lange Hail Dictator noch ungefähr gehen wird. Wir haben ja jetzt ungefähr den Mittelgrad überschritten. Das ist jetzt die 061.1, wo wir uns im Moment befinden. Also ist er ungefähr bei der Hälfte durch. Für die Systeme Windows, Mac, Linux und Android. In den Sprachen, ach Gott, ja, versteht die Welt. Alles, was drin ist. Englisch, German, Portugiesisch. Alles mit Google Translation. French, Spanisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Simplified und Jeopardy und Italienisch. Auch machen wir alles mit drin. Also, wenn du es schon in allen Sprachen haben willst, dann bitte hier. Er hat immer ein plus 220 neue Renderungen, Sachen drin und 500 Animations. Acht neue Animationen, 15 neue Scenes. Ja, 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 genau das und das und das. Ah, Main Story progressed. Sehr schön. Auch mal reingucken, mal wieder. Main Story wurde also auch geprogressed. Hail Dictator hat auf alle Fälle seinen Charme. Ich weiß, das wird nicht jedermann liegen. Mir persönlich gefällt das Spiel aber auch sehr gut. Ich mag halt so diesen karibischen Insel-Style irgendwie ganz cool gemacht. Man hat sich so ein bisschen von Tropico vielleicht so ein bisschen animieren lassen. Meiner Meinung nach, gerade den General da rauszuholen aus Tropico und ihn dann einfach in Hell Dictator reinzupacken. Und hier, du brauchst zwar nicht 700 Inseln. Das reicht mir schon aus, wenn du eine Insel komplett wuschig machst. Dann bist du schon gut drin. Hat auch eine nette Storyline meiner Meinung nach. Irgendwie so alles passt. Alles ist stimmig bei Hell Dictator. Wo ich sagen muss, gefällt mir das Game. Und the last but not least. Darf natürlich auch wieder ein Kandidat nicht sein. Midnight Paradise von LVD Lab. Der jetzt auch schon mit seiner neuen Version rausgekommen ist. Man merkt langsam, dass so einige Leute in letzter Zeit. Also das ist mir ganz verstärkt aufgefallen, wo ich jetzt die Game Updates immer so häufig gemacht habe. Dass hier einige Kandidaten super oft wieder aufgetaucht sind von denen... ...noch vor ein paar Monaten. Ich meine, ich bin jetzt schon bei wie viel? 21? Folge 22 Game Updates? Soweit schon dabei, wo ich mir sagen muss... ...auf einmal merkt man dann so... ...so ein Zyklus von... ...3, 4 Game Updates. Dass da immer wieder neuer Konter gekommen ist. Wo du mal die vorigen Game Updates hier angucken musst. Da kamen von den Leuten nichts. Also manche pushen sich auf einmal richtig nochmal. Und geben nochmal am Ende des Jahres nochmal ordentlich Gas. Und dazu zählt auch LVD Lab. Der jetzt, wenn ich mit seiner Version 023 Elite aufgetaucht ist. Und sich gedacht hat, hey, vor Weihnachten haue ich auch nochmal wieder was raus. Für Windows, Mac, Linux und Android. In den Sprachen Englisch. Ja. Und zwar hat er sich was überlegt. Um, this is a smaller Update than usual as it to be, to being released three weeks after the previous Update. Genau. Um, hot fixes. Um, this reason for this to fix the Update shortly. Okay. Er wollte das Update fixen. And expand new and content of worlds update and move to the main story forward. Alles klar. Also er bereitet sich jetzt langsam vor, auch die main story weiter forward zu bringen. Er hat 186 neue Render-Szenen mit reingebaut. 13 Animations-Szenen. Added a sleepover scene with Alan and multiple options. Okay. Added a sleepover scene with Melissa. Added a, ah. Added a main story scene with Troni. Tron? Tram? Oh, wer war das nochmal? Äh, da muss ich auch nochmal nachdenken. Äh, added a main story scene with some inflations. Okay. Added a main story scene with Amy. Added a lead scene with Joyce and Guest. Und added extra scene with Tanya. Ihr seht also, es geht langsam so ein bisschen weiter. In drei Wochen. Aha, kommt das also raus. Das ist ein neues, richtiges Update nochmal. Hm. Wir gucken nochmal nach. Wir sehen nochmal nach. Auf alle Fälle Midnight Paradise in letzter Zeit auch sehr, sehr aktiv hier vertreten. So. Ich hoffe, die Game Updates haben euch wieder mal ein bisschen Infos mal wieder gebracht über ein paar Spiele, die ich mal wieder so gefunden habe. Die sich bei mir und meinen Postfach mal wieder verirrt haben und gesagt haben. Hey, dazu. Wir wollen nochmal. Wir sind hier. Bring uns doch. Ja, ich bringe euch doch auch alle. Ja, ich versuche ja alle dazu haben. Wisst ihr, wie voll mein Postfach immer ist? Junge, 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 Junge. Also, einmal Entwickler, einmal unterstützt und schon hast du den ganzen Tag nur Entwickler Sachen. Update, 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 Update. Das geht immer so wild frei immer durch. Nicht nur das, auch viel Cross-Promo-Sharing, was auch völlig in Ordnung ist. Kann man auch immer gerne machen. So finde ich manchmal auch ein paar neue Spiele heraus. So, auf diesem Weg bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.